Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Speedbild, denn in der Lucky Legacy Challenge sind wir jetzt so weit, dass wir endlich in Generation 2 angekommen sind und die süße Moon sollte ja umziehen und dafür habe ich jetzt ein neues Haus gebaut. So, und da sind wir natürlich auch schon direkt im Speedbild und ich lieb's. Also ich bin ehrlich, ich habe selten ein schöneres Haus gebaut. Also ich bin wirklich, 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 wirklich zufrieden. Es ist auch meiner Meinung nach ziemlich groß geworden. Ich finde, es sieht gar nicht so groß aus, aber es kann auch daran liegen, dass das Grundstück ziemlich riesig ist. Also wir haben ein wirklich großes Grundstück gewählt. Ich habe nicht annähernd den ganzen Platz ausgenommen, ausgenommen, was? Aber ja, also ich habe selten wirklich so was Cooles gebaut. Also ich bin so, 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 so zufrieden, aber ich habe auch zweieinhalb Stunden gebaut. Also ich habe wirklich lange dran gesessen. Also wenn ich sonst so Speedbilds baue, entschuldigung, wenn ich so ein Speedbilds mache, ist es meistens so, dass wir ja nur, dass ich meistens nur so eine Stunde oder so baue oder anderthalb, wenn überhaupt, weil, I don't know, also ich gebe mir einfach nicht so viel Mühe. Ich finde es halt auch, ne? Also ich baue ja auch immer den ähnlichen Stil. Und hier habe ich ja zum einen was Neues ausprobiert und zum anderen wollte ich natürlich auch, dass es perfekt wird. Also beziehungsweise möglichst cool, weil ich meine, ich baue das für meine Sims, mit denen ich dann auch spiele und so. Und das ist halt irgendwie nochmal was anderes, wenn ich für die baue, die ich halt, mit denen ich auch wirklich spiele. Oder Sachen, die ich einfach baue, weil ich ein Speedbild machen möchte, eine Challenge machen möchte. Da mache ich einfach, nehme ich mir nicht so viel Zeit für. Ich hasse es, dass hier die ganze Zeit jetzt hier irgendwelches Klingeln oder irgendwie dieser Hund ist, ne? Es stresst mich komplett. Bin ehrlich. Aber, es ist jetzt egal. Ich habe jetzt hier angefangen und ich werde es nicht zurücknehmen. Ich nehme es nicht zurück. Es tut mir so leid, dieses Video ist jetzt schon wieder einfach das Wildeste auf diesem Planeten. Einfach nur aufgrund dessen, dass mein Hund hier komplett ausrastet. It's fine. Ja. Aber, ja, wie gesagt, also ich musste das Video auch einmal zuvor rendern. Ähm, um es halt wirklich kürzer zu schneiden, weil sonst wäre das Speedbild hier 34 Minuten lang. Und, ähm, ich habe halt auch nichts, was ich rauscutten hätte wollen. Ähm, also, weil das machen ja auch manche, dass sie dann so bestimmte Dinge rauscutten oder so. Aber ich fand alles irgendwie wichtig. Aber ich konnte es halt nicht mehr verschnellern und deswegen habe ich es dann einfach verschnellert, gerendert. Und dann, jetzt habe ich es halt nochmal kürzer gemacht, so auf 20 Minuten, weil, ja, ich finde 20 Minuten, ist halt eine relativ angenehme Zeit, um ein Speedbild zu schauen noch. Ähm, ich finde halt, dass es einfach, sonst irgendwann too much wird. Und, ähm, so fand ich das halt eigentlich noch ganz angenehm. Deswegen habe ich dann gesagt, 20 Minuten ist okay. Ähm, genau. Ja, und, ähm, ja, wie gesagt, das ist halt mein Stil, den ich halt so noch nie gebaut habe. Das ist halt schon irgendwie schön und was Besonderes. Also, ich habe hier und da auch Sachen probiert, die ich halt auch sonst nie so mache. Und das finde ich halt eigentlich ziemlich cool. Also, weil es ist halt mal was anderes, ne? Also, ich habe halt, glaube ich, persönlich vorher noch nie ein Haus in Hanford und Berkeley gebaut. Ähm, deswegen ist das jetzt halt einfach so besonders. I don't know. Und das finde ich halt sehr, sehr schön. Weil eben dadurch, dass es mal was anderes ist, geht man natürlich generell auch nochmal weiter aus der Komfortzone raus, finde ich. Weil man möchte ja nicht immer dasselbe bauen, tatsächlich, ne? Also, ich habe das zumindest so das Gefühl, dass ich halt einfach wirklich dann auch das ändern wollte. Hm, genau. Ähm, ihr werdet sehen, dass ich hier so ein Babyzimmer einrichte, weil wir wissen zwar nicht sicher, dass Moon-Genre ist, aber, naja, wir sollten ja vor Pregnancy tryen. Und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich dann schon definitiv da und früher oder später waren wir so oder so Kinder. Also, habe ich das halt direkt eingerichtet, weil, ähm, damit wir auch wirklich dann halt, äh, was haben für das Kind und nicht, dass ich da das ganze Geld, ähm, ausgegeben habe. Vorher schon, ähm, einfach nur, weil ich mir dachte, haha, das ist so ein schönes Haus und bla, bla, bla. Und wie ihr seht, habe ich da hinten links dieses Zimmer dann, ähm, auch mit einer Kindertapete versehen, weil ich eben das dann gerne als Kinderzimmer gehabt hätte. Und oben wird dann Moons Zimmer quasi, ähm, ich meine, sie muss ja letztendlich nicht viel schlafen oder so, da sie ja ein Vampir ist. Aber trotzdem, da sie ja mit Jericho zusammen ist und voraussichtlich dann ja auch irgendwann mit ihm zusammenzieht, ist es natürlich trotzdem ein schlau, ein Schlafzimmer zu haben. Ähm, ja, und generell, ähm, ich glaube nicht, dass sie jedem mal direkt so aufdröseln wollen würde, dass sie ein Vampir ist. Und, ähm, wenn sie ein Schlafzimmer hat, ist es natürlich dann auch, äh, zeigt zumindest davon, dass sie ein bisschen normaler ist, als sie eigentlich ist. Also, ich habe so viel ausprobiert hier, ne, ehrlich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie, also ich habe auch sehr viel Spaß daran gehabt, das zu, ähm, bauen. Aber es ist schon so, dass, ähm, dass ich da saß und mir dachte, wow, wir haben so coole Sachen irgendwie und, I don't know, also das hat mir auf jeden Fall sehr gut getan. Ähm, hier habe ich versucht, ob ich den, ob ich das da entfernen möchte oder nicht, aber irgendwie, letztendlich habe ich mich dann doch dagegen entschieden, weil, irgendwie fand ich es schön, auch wie es so ist. Weil, ja, letztendlich, ähm, so ein, dass da halt der Boden weg ist, also, dass man halt von oben nach unten runter schauen kann, das ist ja oft so in modernen Häusern. Und in Handford & Bagley ist es ja schon so, dass es eher so ist, dass es halt nicht so moderne Häuser sind, also eben, ein bisschen altbacken dann, Anführungszeichen. Ähm, deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, dass es halt dann eben so ist. Anstatt von, ähm, ja, dass ich halt, ich mache das halt relativ oft, dass ich halt das so mache, dass man halt dann von oben nach unten runter schauen kann. Aber, ja, also ich fand es jetzt halt in dem Haus einfach nicht so passend und das hat ja auch nicht so funktioniert, wie ich wollte. Deswegen dachte ich mir dann so, das ist jetzt einfach ein Zeichen. Ja. Genau. Und, ähm, ja, also ich habe halt das auch versucht, so ein bisschen, ähm, passend zu da umgeben. Umgebung quasi auch zu gestalten. Deswegen habe ich ja auch diese Country Kitchen genommen. Ähm, weil, I don't know, ich finde, ich fand halt einfach, dass es halt sehr da reinpasst in das Ganze. Und, ähm, ich finde, das muss auch mal sein. Ähm, weil davor das Haus, das war ja schon relativ modern, sag ich mal, ne. Also, ich meine, selbst in Strangerville hat das jetzt ja eigentlich nicht so sehr reingepasst. Aber es ist jetzt auch nicht komplett komisch gewesen, fand ich. Deswegen habe ich das jetzt halt dann meiner Meinung nach, ja, einfach jetzt so gemacht, dass, ähm, ja, dass es halt jetzt eher noch so Umgebung etc. passt. Dass sie quasi das vielleicht nicht unbedingt alles komplett selber eingerichtet hat, sondern das halt schon so war. Ähm, quasi, dass sie so ein kleines Farmhouse sich gekauft hat, so. Also, I don't know, ähm, am Ende werdet ihr übrigens auch nicht sehen, wie das, also nochmal im normalen Durchlauf oder so, ähm, wie das Ganze aussieht. Das würde ich dann nämlich einfach im nächsten Let's Play Part euch dann zeigen. Ganz in Ruhe, der kommt ja schon diesen Samstag, also, ihr müsst euch jetzt nicht so lange gedulden, ne. Ähm, weil das, äh, kommt ja jetzt ja auch in die Lucky Legacy Playlist rein, dieses Video zusätzlich. Nicht nur in die Speedbelt Playlist, weil es halt eben hauptsächlich wie dieses Let's Play gebaut wird, ne. Und nicht, weil ich mir dachte, ich baue jetzt mal ein schönes Haus. Ähm, deswegen ist es auch nicht zum Download verfügbar, weil ich ja erstmal darin spielen möchte. Das habe ich ja mit dem Haus von Generation 1 auch so gemacht, dass, wenn die Generation endet, dass ich dann das, äh, Ganze hochgeladen habe und dann, ja, das, äh, ihr dann das benutzen könnt, wenn es quasi auch komplett fertig ist, ja. Ähm, aber so wie es jetzt ist, werdet ihr das nicht bekommen. Also, ja, ich hab's halt, ähm, ja, möchte ich halt einfach selber darin spielen. Ich find's halt einfach immer blöd, wenn andere halt auch quasi damit spielen könnten, ähm, obwohl das ja für meine Sims ausgelegt ist und so. Und wenn's halt, ähm, fertig ist, also, wenn ich mit der Generation durch bin oder so, oder wir das Haus in irgendeiner Form noch mal abreißen sollen oder keine Ahnung was dann. Also, zum Beispiel kann es ja auch sein, dass wir mal ausziehen müssen oder so. Das kann ja immer beim Dreh passieren. Dann würde ich das schon hochladen, aber wenn wir halt da halt nicht mehr, ähm, also wie gesagt, wenn wir da nicht mehr wohnen würden oder so, dann würde ich das schon hochladen, aber sonst halt eben nicht, weil ich halt eben einfach selber damit spielen möchte. Und, also, ich find's halt einfach immer ein bisschen blöd, wenn's halt anders ist. Ähm, genau. So, jetzt haben wir schon zehn Minuten durchgeredet und das, ähm, also ich hab jetzt zehn Minuten durchgeredet. Ähm, und letztendlich, äh, sind wir jetzt ungefähr bei der Helfe angekommen. Und wir haben nur über das hier geredet. Das ist crazy. Normalerweise bin ich ja, äh, der Mensch, der direkt immer schon abschweift und über alles andere redet. Und ich dachte mir, dass wir jetzt da auch darüber reden können, was in dem Behind-the-Sims-Summit-Stream, was da so alles so passiert ist. Ich fand's, ähm, sehr spannend. Ähm, so richtig drüber geredet haben wir hier noch nicht, ne? Ähm, ich hab's zwar kurz in der 100-Baby-Challenge angesprochen, dass ja, ähm, das kommen soll mit, ähm, wie heißt das denn nochmal? Ähm, mit dem Infant-Update. Also, dass es statt Babys, dass, ähm, dass es dann noch eine weitere Live-Stage gibt. Also, grundsätzlich finde ich das auch cool. Ähm, ich hab nur ein bisschen Angst, dass sie ein bisschen zu wenig anders sind als Toddler. Also, Kleinkinder. Ich hoffe einfach, dass es, ähm, unterschiedlich genug ist und dass das dann, ähm, einfach schön wird. Ähm, also, dass sich das auch lohnt und so. Vor allem, wir dachten ja alle, das wäre halt ein Baby-Update dann am Ende. Aber letztendlich haben sie ja jetzt schon gesagt, ja, das ist halt eine neue, ähm, eine neue Altersstufe. Finde ich grundsätzlich okay, wie gesagt, wenn es halt eben unterschiedlich genug zum Kleinkind ist. Aber wir schauen einfach mal, wie das dann wird. Ähm, genau. Also, grundsätzlich, dass halt wir wieder eine Live-Stage haben, wo Kinder auch dann krabbeln können, finde ich ja ganz süß eigentlich. Ähm, weil ein bisschen habe ich das auch vermisst. Also, weil es ist halt schon unrealistisch, dass sie direkt laufen können. Äh, aber, ähm, ja, die Kleinkinder sind halt einfach älter als in anderen Sims-Teilen. So ist es halt einfach geregelt letztendlich, ne? Nur, ähm, also das finde ich halt schön, dass sie dann halt nochmal so krabbeln und dann erst laufen können. Aber ja, ne? Aber vor allem, was ja auch spannend ist, was angekündigt wurde, ist natürlich die Sims 5. Haben sie jetzt offiziell angekündigt. Also, wir wussten natürlich von Twitter und so, von Tweets her, wussten wir schon lange, dass es, ähm, bereits in der Mache ist, ja? Dass sie schon dabei sind, das zu entwickeln, etc. Aber jetzt wissen wir offiziell, ähm, ja, dass sie jetzt dabei sind. Und das erste Footage, was man gesehen hat, was man gesehen hat, das finde ich auch sehr, sehr cool. Also, ich finde, es sieht wirklich hübsch aus schon. Also, manche sagen ja, öh, das sieht nicht schön aus und bla, aber es ändert sich halt eh noch total. Weil, das kommt ja frühestens in so drei, vier, fünf Jahren raus oder so. Ähm, und zum anderen fand ich persönlich das einfach schon voll hübsch, ehrlich gesagt. Also, weil es ist dieser Clay-Steel, den wir in Sims 4 auch immer noch haben. Aber, ähm, einfach aufgehübscht. Also, ich finde es richtig schön. Auch die, ähm, Bild-Tools, die sie gezeigt haben, finde ich sehr, sehr cool. Ähm, natürlich wird das noch ausgebessert und so. Also, von daher, das, ich glaube schon, dass das cool werden kann. Ich habe nur ein bisschen Angst vor diesem Multiplayer-Aspekt, dass man dann das mit den Packs anders macht. Sondern halt, also, dass es keine Packs mehr gibt, quasi, in Anführungszeichen. Sondern nur noch so ein Abo-Modell oder sowas. Und da habe ich halt, jetzt habe ich nicht so Bock drauf. Weil, das wäre halt wirklich so eine Sache, wo ich sagen muss, ähm, ich glaube, dann würde ich sogar aus dem Sims-Franchise aussteigen. Und halt einfach bei Sims 2, 3 und 4 bleiben. Weil, wenn das ein Abo-Modell ist, da halte ich halt einfach gar keinen Bock drauf. Das ist auch einfach nicht das, was ich mir wünsche. Ich finde so Abo-Modelle sowieso für Spiele schwierig. Ähm, also, wenn es das nur gibt. Ähm, ähm, weil ich möchte, wenn ich ein Spiel habe, ja, ich möchte dann auch wirklich das, äh, für immer haben, quasi. Weil ich finde es dann einfach scheiße, wenn man da einfach sagt, ja, du besitzt halt zwar ein, also, du besitzt das Spiel halt einfach nicht wirklich, aber du hast da trotzdem, äh, so viel Zeit reingesteckt und keine Ahnung. Weil letztendlich, ähm, imagine, du steckst da vielleicht sogar mehr Geld rein, als jetzt zum Beispiel in Sims 4. Ja, weil viele sagen, ja, ja, Sims 4 ist ja auch übel teuer und sowas, ne. Aber letztendlich finde ich es halt okay, weil das Spiel besitze ich für immer. Ja, also, es ist, es rechtfertigt den Preis trotzdem nicht, okay? Das sage ich nicht. Aber ich mache das für mich mehr okay, als wenn ich jetzt am Ende der Lifetime dann sagen würde, wie es zum Beispiel jetzt bei einem Abo-Modell wäre, ähm, wenn, wenn man das dann nicht mehr spielt, dann hört man ja auf, das zu bezahlen, so. Aber dann hat man vielleicht trotzdem über 1000 Euro ausgegeben, aber um es wieder spielen zu können, musst du es halt trotzdem neu bezahlen. Also, wieder. So, und das ist halt das, was ich halt blöd finde. Und deswegen bin ich halt persönlich der Meinung, dass halt eben so ein Pack-Modell dann doch irgendwie besser ist. Vor allem, weil es ja auch nicht darauf ausgelegt ist, dass jeder jedes Pack hat. Weil, das ist ja immer das Argument von wegen, äh, ja, wer soll sich das denn leisten können und so. Aber es ist ja nicht darauf ausgelegt, dass jeder jedes Pack hat. Weil, ähm, keine Ahnung, es nicht jeden interessieren Vampire zum Beispiel. Mich persönlich halt schon, deswegen habe ich auch jetzt jedes Vampire-Pack. Aber wer kein Interesse an Vampiren hat, der muss es auch nicht haben. So, you know, deswegen, ich finde das Modell halt einfach viel cooler. Ähm, auch wenn es natürlich trotzdem viel zu teuer ist, ähm, letztendlich gesehen. Aber, grundsätzlich gesehen mag ich das Modell einfach mehr, als, ähm, wenn man sagen würde, ja, äh, wir haben jetzt hier ein Abo-Modell. Und dann hat jeder einfach Zugriff auf alles. Das fände ich blöd. Wenn ich ehrlich bin. Aber, ja, wir schauen einfach mal, wie es dann in Zukunft, ne, was sie da jetzt noch weiter dann sagen, zu sagen werden, etc. Und sie haben ja auch gesagt, dass sie schon doch versuchen, deutlich mehr auf die Community zu hören. Und da denke ich mir so, okay, ähm, sie haben jetzt ja schon Spieletester, ähm, ein Announcement gemacht, dass sie nach Spieletestern suchen. Von daher scheinen sie das auch, ähm, ernst zu meinen. Und wenn jetzt genug Leute sagen, ähm, ein Abo-Modell fände ich richtig scheiße, dann wird es auch nicht kommen. Also, das glaube ich nicht, dass sie sich dann so querstellen. Weil, die wissen auch, dass sie dann dadurch sehr viele Leute verlieren werden. Ähm, deswegen glaube ich halt nicht. Also, sie wollen ja auch das Geld, ne, also, von daher wäre so ein Packsystem halt einfach schlauer. Ist halt einfach so. Naja, ähm, genau. Ähm. Ansonsten, was wurde noch angekündigt, halt hier und da. Zwei Packs wurden ja so ein bisschen angeteast. Habe ich jetzt noch nicht so viel daraus interpretieren können, aber... Mehr Packs, also es sind halt zwei 40-Euro-Packs. Das sind halt schon wieder Sachen, wo ich mir denke, öh, warum? Mein Geld. Aber, ähm, wenn es coole Sachen sind, dann freue ich mich natürlich, ähm, über neue Packs, ne. Also, wenn es, wenn es Sachen sind, die eben mein Spielerlebnis erweitern. Also, von daher, also ich habe da jetzt grundsätzlich nicht so das Problem mit. Ähm, ja. Und dann, äh, hier und da... Was war denn noch? Irgendwas wurde noch angekündigt, aber jetzt halt nichts Besonderes mehr. Jetzt würde ich behaupten. Ähm, verhältnismäßig. Ähm, also, aber grundsätzlich, ähm, gab es schon viel, was, ähm, also die Sachen, die gezeigt wurden, etc. Also egal, was es war, auch, ähm, diese neuen simlischen Lieder und sowas. Fand ich alle sehr, sehr schön. Ähm, also es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das auch anzusehen. Und ich habe mich auf jeden Fall auch sehr gefreut über viele Dinge. Es war jetzt nichts so krass Besonderes, sage ich mal. Also, ähm, dafür, dass sie es so krass hochgehypt haben, es hätte auch noch besonderer sein können, in Anführungszeichen. Ähm, aber es war jetzt auch nichts bei, wo ich sagen muss, boah, das ist voll scheiße gewesen. Also, ähm, ich habe mich eigentlich über alles zumindest so ein bisschen gefreut. Und das ist ja schon mal cool eigentlich, oder? Also, ich, äh, finde es grundsätzlich eigentlich ganz cool bisher. Hm. Ich hoffe einfach, dass es dann auch alles cool umgesetzt wird, etc. Wir schauen einfach mal, wie das dann in Zukunft wird. Hm. Aber, ähm, auch, dass sie so gesagt haben, ja, sie wollen mehr mit Custom Content Creators arbeiten. Genau. Es soll ja jetzt, äh, offizielle Custom Content Mod Support geben. Das finde ich richtig cool. Also, sowas gab es ja theoretisch mit dem Exchange damals schon. Das war zwar ein bisschen anders, aber finde ich auf jeden Fall richtig cool. Weil da musst du deine Mods auch nicht mehr immer alle komplett, ähm, manuell updaten. Das finde ich sehr, sehr cool. Gerade so MC Command Center oder so. Weil die haben schon gesagt, dass sie mit denen zusammenarbeiten. Das finde ich richtig cool. Ich finde, das, äh, verdienen die auch. Weil MC Command Center ist halt einfach einer der beliebtesten Mods out there seit Jahren. Also, ich finde es auf jeden Fall verdient für die, dass, ähm, das so gemacht wurde. Deswegen, ja, also ich finde es ganz toll. Ja. Und was sonst, ähm, ich bin gespannt auf das, äh, was sie da jetzt halt noch dann mit Custom Content Creators irgendwie in irgendeiner Form, wie sie da mit eingehen wollen und so. Also, weil, ähm, Arbeit mit Custom Content Creators hat bisher immer super funktioniert. Es war immer, also, meiner Meinung nach, was, also zumindest die Sachen, die das dann ins Spiel geschafft haben und so, sind sehr, sehr cool. Deswegen hoffe ich, dass es halt so cool weitergeht mit dem Ganzen, ne? Also, ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn es halt so cool weitergeht. So. Und, ähm, jetzt ist das Speed-Bild soweit auch schon zu Ende, tatsächlich. Ähm, wir haben so viel gequatscht irgendwie. Also, es kam mir sehr viel kürzer vor, als ich dachte. Also, irgendwie, I don't know, wir haben nämlich noch länger geredet. Hehe. Aber, ich glaube, das Wichtigste habe ich so weit angesprochen. Ähm, ihr kennt mir auf jeden Fall eure Meinung zu dem Speed-Bild, zu dem, was ich so gelabert habe. Könnt ihr mir alles in die Kommentare schreiben. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nochmal ein bisschen unterhalten können über das, was hier so vorgefallen ist. Sorry nochmal für den Anfang. Hätte ich ja nicht ahnen können, dass geklingelt wird und gebellt wird, ja? Hehe. Ansonsten hätte ich natürlich noch ein paar Minuten gewartet. Aber, so ist das natürlich auch in Ordnung. Gut. Äh, wir sehen uns dann mit diesem Haus auf jeden Fall wieder in der Lucky Legacy Challenge. Ansonsten sehen wir uns Mittwoch bei einem kleinen Video auch nochmal wieder. Und grundsätzlich sehen wir uns dann auf jeden Fall irgendwann bestimmt wieder. Hoffe ich. Wir sehen uns dann, bis dahin. Und tschiiiiiiieeesss! Hehe. Bis zum nächsten Mal.